hallo und herzlich willkommen zurück so wo ist denn feierabend was ist das absoluter zufall der hat muss doch oder hat doch gerade genau geheiratet richtig ein uhr morgens und alles in ordnung wie wäre es denn rein theoretisch gesehen ein söldnerklartier bauen was wir nicht können wir haben wir haben 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 ein totengräber ein spielmann ein schmuggler einräumen müssten erst aufsteigen im rang jemand hat eines eurer gebäude sabotiert war es wie vergiftet schädlings saft okay für die scheiße 2 uhr morgens und alles erledigt du kollege hier ne du kannst doch glaube ich beweise beweise verstanden weil hier ist doch räuberlager ich verstehe es nicht räuber 1 ah anzahl 2 rein theoretisch könnte ich das eine räuberlager doch abreißen feierabend was ist das so wie lautet der plan was ihr wisst gar nicht was wir an ihr habt ja den lasse ich jetzt noch mal zu ende arbeiten das hat er vor keine ahnung äh dann baue ich äh die dingens spielen wir was zusammen ne weißt du bescheid die küche drei uhr morgens und alles in ordnung äh wo haben wir denn hier so ich will beute machen meine klinge ist gewenzt das was dem kollegen sie muss das einmal machen das hier einfach mal das geht schnell ich bin ohne fleiß kein preis die ist auch noch sehr jung ne wird erledigt so ein zeugmeister habt ihr mir etwas anzubieten was heute eine stadt braucht handwerker wir haben keine ich will beute machen minus 10 was wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch mit euch will ich nichts zu tun haben ich möchte ein bisschen mehr sagen wir nervenkitzel wie lange geht die scheiße hier noch eine minute schlägt doch mal ja wer denn haben es ist mir eine freude warte mal hier kommen doch im diplomatiestatus ne mit wem befreunden wir uns denn mal die flage erreichen Ich muss mit denen mal irgendwie... ...familien-Stammband, blablabla. Ich höre, ich kann nicht etwas für euch tun. Eine Abmachung treffen. Okay. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug... Alles von Wert. Was kann man denn hier machen? Die Abmachung wurde nicht angenommen. Daneben nicht. Daneben nicht. Hier bin ich. Der Penis. Sicher. Hier bin ich. Ich ein. Du mein Freund. Jawohl. Ich gehst mal hier hin. Oh, richtig. Da geht etwas um in eurer Nachbarschaft. Aber keine Sorge. Warte mal. Wie war das denn? Waffenrüstchen, Kleidung. Was war das? Waffenrüstchen. 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 Zwischenprodukte. Ja. Oh. Wobei. Ist eigentlich scheißegal. Äh, 3900. Ja. Gut. Gut. Ah. Werde? Was ist denn wer denn? Gut. Der Prozess gegen ihn ziemlich unklang lautet an. Ich bin nicht schuldig gefunden. Warte mal. Wenn ich jetzt mitten... Wieviel könnte der denn jetzt Handgerutsch tragen? 2, 4, 6, ne? Jawohl. Ja. Klasse. Endlich wieder was zu tun. Komm mal ran hier. Ist was? Äh, du. Warte, hier unten. Äh, da. Das geht schnell. So. Was gibt es? Ah, die Sache muss ich zur Seite legen, ne? Feierabend. Wird erledigt. Weißt du was? 2, 4, 6. So ist das dann mal. Ohne Fleiß kein Preis. Ich eile. Wenn ihr schon mal hier seid. Äh, 40. Feierabend? Selbstverständlich. Wenn du noch mal hier bist. Kannst du auch noch mal... Nimm mal davon. Auch 40. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Oh. Ärgerlich. 2, 8. Zeit, dass wir Kohle machen. Ich wollte Dinge ziehen, ne? Bereit. Ein Scherger. Angestellten entlassen. Jupp. Ihr wünscht? Jupp. Den Bums reiß ich ab. Wo war das nochmal? Gebäude abreißen. So und dann bauen wir Söldnerquartier. Die Produktion wurde unterbrochen. Was für ne Produktion? Was ist denn jetzt schon wieder los? Heute? Oh. Genau. Ich bin der Meister. Ihr wünscht mich zu sprechen? Warum suchen die mich? Hier bin ich. Ich bin zur Stelle. Was gibt es? So. Ich glaube, ich habe da reingekippt. Kann das sein? Es ist mir eine Freude. Jawohl. Was machst du hier hinten, Junge? Äh, für dich müssen wir auch eine suchen. Aus dem Weg? Kann ich etwas für euch tun? Wollt ihr eine Abmachung treffen? Hups. Hupsi. Hups. Hups. Wie geht's? Ich will nicht mit euch gesehen werden. Wow. Ich? Ja? Ich will nicht mit euch gesehen werden. Ah, hier. Ups. Macht hin. Keine guten Frauen mehr übrig? Äh, was sind das? Fernhandelsweg. Nice. Ben, stehe bereit. Wie sieht der Wumms eigentlich aus hier? Ben da. So. Könnte mehr sein, ne? Jemand mag euch nicht. Lea mag mich nicht. Ich mag euch nicht. Vor Verblüffung. Bringt ihr gerade noch ein. Aber wieso denn über die Lippen? Als wenn man sich schon höhnisch grinsend umdreht und davon geht. Tja. Was auch immer passieren ist. Die Familie Felten mag euch nicht mehr. Scheiße auf die. Ich glaube ich mach mich hier breit. Ich mach mich hier breit. Scheiße auf die. Kann ich jetzt eigentlich noch einen Betrieb bauen? Ja, geht noch. Mein Heim. Auch mein Heim? Das stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Du 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 du. Werte Dame? Ja. Clara Korn ist erwachsen. Geil. Wo war das Pferdenhandel-Ding? War das hier unten? Genau. Ich weiß nicht mehr wo es war. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Euer Ansehen ist gewachsen. Yvette. Was hat die denn für'n Scheiß mit? Bist'n mit David? Aggressor verfolgen? Es ist werte Dame. Oh Gott. Das kann ja wieder was werden. No. Ihr wohnt da. Natürlich werde ich euch unterstözen. 1,6 richtig. Das war das. Euer Ansehen ist gewachsen. Döse, döse, döse. Irgendwas wollte ich machen. Ich hab aber vergessen was. Ich lass mal laufen. Vielleicht fällt's mir gleich irgendwann wieder ein. Nun können die besser sammeln. Abstimmungsergebnisse. Ratsassistenten. Aha, okay. Okay, die sammeln noch. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Ich will Beute machen. Flammen. Jawohl. Beute? Könnte klappen. Meine Klinge ist gewetzt. Keine Spur. Wohin? Wie beim letzten Mal. Meine Sohn. Ganz ohne Spuren wird es ja doch nicht gehen. Klarer Korn. Du machst erst mal hier. Jawohl. So, du machst dich da hinten erst mal breit. Sagt's schnell. Ich kenne euch. Werte Dame. Du. Wie sieht dein Gedöns eigentlich aus hier? Fünf auf Charisma. Jetzt kriegen wir noch ein Stückchen höher. Selbstverständlich. Werte Herr. Stehe bereit. Fünf Mann? Wohin soll's gehen? Läuft der Schuppen wieder hier, oder? Bin so gut wie da. Jawohl. Sie werden erzittern. Keine Spuren. Wie beim letzten Mal. So. Euer Ansehen ist gewachsen. Kann ich die jetzt... Haben wir jetzt Beweise nochmal zufällig gegen die? Nein. Wie sieht's denn aus mit deinem Equipment? Ist was? Gut. Ist was? Du bist auch da rein, oder? Was sind Erdärzeln? Kann man die essen? Ich hab nämlich ziemlich Hunger. Ja. Ja, werte Dame. Ja. Wo ist mein anderes Heim? Das war... Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Ach, fick dich. Ja, werter Herr? Ihr wünscht mich zu sprechen? Keiner Zufall? Nee. Du hast doch großen... Klara Korn. Klara Korn. Klara Korn. Wer? Hütterledigt. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich ähm... Bin gerade verhindert. Bin beschäftigt. So, so, so. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, ist was? Hm, ein Rom 42. Kann man eigentlich... Kann man eigentlich was draus machen, ne? Finde ich. So. Du bist eigentlich gar nicht mal so schlecht ausgerüstet, glaube ich, ne? Ich bin zur Stelle. Können wir nochmal in den Krieg? Müsst ein bisschen klüger werden, aber sonst... Was gibt es? Wir probieren's nochmal. Wo war denn hier die... Gut. ...Zuchtstelle? Hä, wo war die denn? Hä? Da. Klasse! Endlich wieder was zu tun! Bin beschäftigt. Wie sieht's aus mit deinem Gatten? Guter Herr. Euer Intelligenz ist nicht gelangen. Danke sehr. Es geht schnell. Selbstverständlich. Ich bin der Meister. Albert. Fütter erledigt. Bin beschäftigt. Mua. Stefan, wenn du mit ihm gehst. Ja. Bla-di-da-di-da. Hm? Jawohl. Ich bin der Meister. Ohne Fleiß. Kein Preis. Sich. Ich eile. Ja. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, dass ein Krieg bevorsteht. Ihr habt richtig gehört. Seid ihr bereit? Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung für dieses Wagnis als gut. Hör. Ich kann gerade nicht. Sie ist noch am Verführen. Die junge Maid. 3.000. Nicht mehr viel. Ich bin beschäftigt. Erfolgreich. Juhu. Nun. Das geht schneller. Hä, bin ich schon mit dem verewigt oder? Ich check's nicht. Ein Angestellter wurde vergiftet. Meine Klinge ist gewetzt. Äh, wird's Zeit für, dass wir ein Söldner werden, wa? Oh nein. Oh nein. Nein. Na gut. Inventar ist leer. Bin besche- bin. Ich bin gerade beschäftigt. Der kann doch noch nicht so weit weg sein. Die Produktion wurde unterbrochen. Ich bin da. Ach, das Ding wollte ich noch leer machen. Genau. Ah. Okay. Er ist noch am Buddeln. Ja. Werte da. Wird erledigt. Fünfzehn. Wird erledigt. Die Angeln bei uns. Ich bin gerade beschäftigt. Hä? Ehrlicher Kuss mit David? What? Ich eile. Sicher. Es ist mir eine Freude. Äh. Kann das sein, dass irgendwas schief gelaufen ist? Werte Dame? Ja, werte deine Dame. Ich möchte mehr Zeit damit verbringen, meine Gedanken mit euch auszunehmen. Freude. Selbstverständlich. Oh. Werte Dame? Oh, okay. Okay. Gut. Oh, das habe ich wohl vercheckt. Haha. Ich habe auch komplett den Überblick verloren, wenn ich ehrlich bin. Werte Dame? Das geht schnell. Wo ist Attacke? Oh. Werte Dame? Werte Dame? Wie bitte? Er buddelt noch. Ja, werter Herr? Dein Minder ist ein Krieg, ne? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Werte. Wer. Ich check es nicht. Wer war denn jetzt genau? Ah, ihr seid's. Ich habe voll den Überblick verloren. Meine sabotage gegen eines eurer Gebäude ist fehlgeschlagen. Oh, sehr gut. Ja, ich bin der Maier Binis. Clara Korn. Ich eile. Ein bisschen trainieren schadet nicht. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Also die wollen ein Baby machen, glaube ich, ne? Zwei, fünf. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Wer denn? Ah, die Picker schon, ich habe bestimmt. Ich bin gerade verhindert. Wie viel musst du denn noch sammeln hier? Fünfzehn. Ich mir einen Marktkarten hole? Ein Angestellter wurde vergiftet. Hm. Ich glaube, ich würde einfach mal sagen, wir beenden hier die Folge und wir gucken einfach mal in der nächsten Folge weiter, ja, wie es weitergeht. Ah, der ist schon 51, der alte Sack. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis bald. Tschö.